Ahoi, ihr Neujahrswichtel und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer weiteren Folge Phasmophobia. Mit mir dabei die gruseligen Gesellen Marek und Marvin. Ich bin schon längst tot. Oh, fast hätte ich ihn gefangen. Halt! Wo muss er hin? Da. Wo? Huch! Nein! Ich glaube, ich bin bald technisch total unbegabt. Aber einmal probier es noch! Fail! Los! Ab in Geisterhöhle! Aber knapp was. Gibt es eigentlich hier die Grusel-Effekte noch? Ja. Grusel-Dach-Boden-Boy steht da noch. Hey! Ja, sie sind alle noch da. Okay. Aber was spielen wir? Profi-Alptraum? Über Alptraum. Der Profi-Alptraum. Nie enden wollende Hölle. Das Spiel geht so. Die Geister müssen herausfinden, was wir für Leute sind. Oh Gott! Sie kommen in den Van. Die werden bestimmt total traumatisiert. Wir haben keine Beispiele für Virus. Wir haben keine Beispiele für Virus. Wir haben keine Beispiele für Virus. Äh... So. Hier geht das. Moment. Die lasse ich noch hier. Das nehme ich mit. Bruce Davis. Okay. Und wir... ...sollen ansonsten ein Crucifix benutzen oder per EMF übernatürliche Ereignisse aufnehmen. Ah, hier sind die Tarotkarten. Schön. Möchtest du sie nicht gleich benutzen? Okay. Ah, hier oben ist Wasser an. Ja. Wir haben eine Stromrichtmache. Alter, Alter! What the fuck? Hast du gerade... Dieser scheiße Omi-Wasser-Badewanne-Geist hat mich einfach gefressen. Alter! Es war die Todeskarte. Du hast echt für mich eine Tarotkarte gezogen. Aber warum frisst sie dich nicht? Weil du vor der Tür standest, oder? Ich hab sie einfach hier benutzt, wo ich sie aufgesammelt habe. Könntest du mich vielleicht das nächste Mal vorher darüber informieren, wenn du eine Tarotkarte benutzt? Du hast gesagt... ...dann benutzt sie doch. Ja, aber dann bestätige das doch wenigstens. Sag doch ja, okay. Ich hab gesagt ja, okay. Ah! Ah, gut, dass ich die ganzen Sachen in die Runde reingeschmissen hab. Ich hab's. Ach ja, stimmt. Ich bin ja nochmal eurem Spiel zugetreten. Huh, Schwein gehabt. Ich dachte gerade, what the fuck geht denn ab hier? Wie schnell fängt ihr denn an zu jagen? Du hast sie unter der Dusche gestört, das glaubst du. Und das war vor allem schon so ne alte Omi. Die findet das noch... also wenn das wenigstens ne junge Knackige, die würde das dann wahrscheinlich nicht so stören, wenn man sie unter der Dusche stört. Aber so ne alte Falten-Omi... Die merkt das gar nicht mehr. Die kriegt dann die Kräse. Alte Falten-Omi. Wow, ich glaub dafür ist sie jetzt ganz schön aktiv. Im Nachbarzimmer, Nachbarbadezimmer hat sie glaub ich auch noch die Dusche angemacht. Sofern ich das mit meinen untoten Augen erkennen kann. Ne, hat sie nicht, ne? Ne. Meine untoten Augen sind sehr schlecht. Aber es gibt keine Fingerabdrücke bisher. So, ich nehm schon mal drinnen. Diese Lampe ist ja schon gruselig. Ah. Du wolltest mich bestimmt nur aus dem Weg räumen, damit mehr Pillen da sind. Gib's zu. Also Orb haben wir auf jeden Fall schon mal. Sie fingert hier oben an irgendeiner Tür rum. Aber ich zieh natürlich auch die Todeskarte, ey. E-MF5. Okay. Ich hab ehrlich gesagt nicht wirklich gedacht, dass du gleich die Tarot-Karten benutzt. Obacke oder Raiju, ne? Also, oder Mimic. Oh, er macht schwer die Dusche an. Was mit dem Futterapparat. Ich bin sehr sauberer. Ja. Ja. Ne, Mimic ist schon raus. Weswegen? Wegen, äh... Wegen EMF5. Das heißt, entweder ihr habt ein Raiju oder Obacke. Ähm... Dann würde euch noch fehlen... Obacke wären Fingerabdrücke und... Der Raiju... Wären Dots. Was? Ich kann ja mal auf die Kamera gucken. Wo... Nee, ich seh das gar nicht richtig. Nix kann man mehr machen als... Geist. Aber sollte schnell vorbei sein. Ich hol noch mal ein Dotding. Ach ja, ich guck hier so ein bisschen rum in der Zwielichtwelt. Sie jagt Marvin. Oder? Nee. Hätt ich dir zugemacht kurz. Echt? Öh. Mag ist tot. Sie hat gejagt. Krass. Schon wieder so. Ich glaube, wenn du gejagt, während du in dem Raum bist. Ich glaube einfach, sie ist total mad. Wegen der Todeskarte. Das Badezimmer des Grauens. Woah! Alter, sie jagt schon wieder. Hau ab! Flüchte! Sie ist mega schnell. Hat sie dich? Ja. Boah! Alter Falter. Hat so einen guten Dreier hingelegt. Hier, äh, du fällt ein Omi. Voll verkackt. Ist hart, ja. Nein, du. Ich bin bereit für dich. Nicht schlecht, schlecht. Okay. Ich hab Sachen reingeschmissen, um mal kurz rüber zu fliegen, ob alles drin ist. Äh. Kein Stopp. Ich glaube, es sieht nicht schlecht aus. Das war schon hart, ey. Oh. Oh, und ich hatte sogar gerade mal Pillen genommen, also... Ich, wie gesagt, also ich glaube, die... Also die war auch danach super aktiv und so. Vielleicht werden die dann permanent aggressiver. Ja. Wen haben wir denn? Nancy Jones... Johnson. Also, Marek, wenn du jetzt Tarot-Karten findest, benutze sie nicht. Okay, damit könnt ihr arbeiten. Hier sind Tarot-Karten. Ich benutze die nicht nutzen. Jetzt ernsthaft? Ja. Alter, du benutzt sie nicht. Nein. Ich hab nur von dir geredet. Ich benutze schnell. Wahrscheinlich ist es... Es ist doch genau das gleiche Haus. Es ist bestimmt auch wieder die Falten. Es ist... Falten oben wie zwei. Und ich sehe Ort in der Küche. Ah. Das ist easy. Ist hier oben ein Versteck? Ja, hier ist ein Versteck. Ist hier auch ein Versteck? Hier ist auch ein Versteck. Ist noch einen schon gefunden? Ja. Na gut, wenn unten der Orb ist, dann könnte man natürlich unten erstmal, äh... Das Geistergerät aufstellen. Ich guck nur direkt nach der... Nach dem Knochen nochmal. Und die Licht ist an. Nice. So, machen wir's mal ein bisschen heller hier. Gefriertemperatur? Okay. Ist ja voll easy. Ich hab dich gerade ab und sehen, Marc. Mhm. Das heißt, Gefriertemperaturen könnte aber auch noch Mimic sein. Knochen hab ich auch. War ne Hand. Links. Ich... Die rechte Hand. Ich leg dem Geist mal was zum Spielen in die Küche. Was ist das? Was ist das? Oh, ich schade. Jetzt wird sie hier... Voll... Ah, das legen wir mal. Wo können denn hier Fingerabdrücke sein? Hier... Oh! Sie steppt hier lang! Wir brauchen ein Fotoapparat! Ich hab grad... Also ich bin nicht drinnen gerade. Ich hol ein Fotoapparat! Das ist auf dem Flur, einer liegen bei der Lampe. Ja. Okay. Okay. Wir brauchen das Geld. Dann brauchen wir dich. Die Fingerabdrücke zählen auch so, wenn man die aufnimmt. Also man muss die auf dem Foto nicht sehen. Okay, ich werde hier hinten mal Salz ausstreuen, um zu gucken, ob der Geist die Küche verlässt. Die... Oh! Richtung... Aus der Küche... Er geht raus! Er hat den gesehen im Dotz. Oh! Okay, das heißt wir haben ja dann schon Dotz, damit fällt Mimik raus und Orb ist ein Juray. Ein Juray. Tschüss Juray. Tschüss Juray. Tja... Jetzt könnten wir halt nur noch dem Geist entkommen, während einer jagt. Aber ich mein, das sind halt echt easy, easy... Döller, ne? Tschütenlüs. Oh! Tja... 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 Voll die Fratze. So, was haben wir denn jetzt? Jetzt dürfte es weg sein. Ja. James Thomas. Durchs Salz wandern lassen, wieder EMF benutzen und Bewegungshensor. Okay, den nehme ich doch dann mal gleich mit. Stürmt das Haus. James Thomas, wir kommen. Hier sind die Geistertouristen. Wir haben gehört, es handelt sich um ein verfluchtes Haus. Das steigert den Wert. Wir werden übernachten und danach ein Hotel draus machen. Wenn wir schaffen zu übernachten, eine Million Yen gewinnen. Dies ist eine koreanische Fernsehschau. Richtig sein. Ja. Hier ist der Knochen. Kann man sich hier drin verstecken? Schulterknochen. Oh, geil. Hallo? Gib uns ein Zeichen. James Thomas. Bist du hier? Man hört nix. Oh doch, hier. Bei mir oben rechts. Dachboden. Dreiher EMF. Und hier ist das Pentagramm. Ich würde sagen, wir führen hier eine nette Beschwörung durch. Kann ich das hier anbringen? Nee, geht irgendwie nicht. Okay, dann einmal hier. Hast du schon ein Foto gemacht vor dem Pentagramm? Nee, ich habe kein Fotoapparat dabei. Ich gehe gerade zum Truck und hole neues Zeug. Ja, wurde das gemacht. Und ich meine, wenn wir ihn beschwören, den Geist, dann haben wir eine bestimmte Zeit, um danach abzuhauen, ne? Hm. Ich meine, das können wir natürlich auch noch ein bisschen später machen. Ah, du hast, das ist gut. Ich habe hier Salz mit. Mal gucken. Gib uns ein Zeichen für deine Anwesenheit. Oder Abwesenheit. Oder Abwesenheit. Oder teilnahmslose Anwesenheit. Zu meinem Schulunterricht. James Thomas, gehst du zur Schule? Oh nein, Weihnachtsstab. Oh, krass. Ein kleiner Weihnachtself. Ist das dunkel hier. Ist ja irgendwo ein Salz gelaufen. Nee, ne? Ja, hier. Okay, ich lege den Fotoapparat mal einfach hier hin. Bin dann mal weg. Er hat das Licht ausgemacht, ne? Weiß nicht. Ja, doch, es geht nicht mehr. Wo war denn der Lichtschalter? Hinten in der... Hinter der Küche? Nee. Ich mach' nen anderes Scherz so schreib'n. Oh, er ergt, er ergt. Ich glaube, er hat Marvin. Ja, das ist der Weihnachtsmann. Echt? Ach, nee. Aber er ist direkt wieder auf mir gesprungen. Krass. Wir spielen ja auch Profi, ne? Das heißt, er hat aufgehört. Äh, auf. Ja. Ich hab' mich wieder hingestellt mit dem Sprachring, wie beim letzten Raum. Besprochen. Zwei, dreimal. Direkt Jagd. Was sagt denn die Sanity? Ist die schon so runter? Wir haben nicht aufgepasst, oder? Na, so schnell nicht so weit runter. Ja, er geht wieder. Ja, meine Sanity ist bei 20. Ja, okay, ja, dann... Bist du drinnen? Wir haben sehr aggressive Geister heute. Er hat aufgehört. Ist ja knapp. Ja? Uiuiui. Was haben wir denn bisher? Wir haben... Gar nichts. Was ist meine Sanity? Die ist bei 60. Okay, wir haben Fingerabdruck. Es ist... Aha, wir wissen, wer es ist. Wieso? Sechs Finger. Ah, welcher war denn das? Welcher war denn das nochmal? Sechs Finger. Aha, das war doch hier... Das war doch... Six... Six Finger, Joe. Six... Six Finger, Banshee. Ähm... Ich... Ich hab'n... Ich hab'n... ...orb... Also noch könnte es rein theoretisch ein Mimic sein. Ich werde ja dann sterben. Was machst du? Komm doch einfach raus! Das... Das ist ja mein Problem. Moment, ich komm dich holen. Ich seh' nix. Moment. Danke. Wollen wir ihn beschwören? Können wir machen. Du hast noch einmal ne Pillenpackung? Ja, die brauch ich nicht. Ich hab'n beschwören, da ist sowieso Ende. Oder das wird deine Mutprobe, weil... Ähm... Ich hab' das Zeug gesponsert. Wissen wir denn, was ist jetzt? Ne, wir wissen's noch nicht. Dann machen wir's doch noch nicht. Also, ich weiß nicht mehr, welcher Geist das halt war mit diesen sechs... ...dexfinger abdrücken. Tja, nö, keine Ahnung, was sagst du? Naja, gucken, was ist. Dann müsstest du's herausfinden. Achter, neuner, jetzt wieder dreier Aktivität. Okay. Geisterbruch, Gefriertemperaturen... Hat er denn Gefriertemperatur? James Thomas. Ja, Gefriertemperaturen könnten's noch sein. Was willst du? Gib uns ein Zeichen. Das Licht ist auch schon wieder aus. Immer noch. Hab's nicht eingeschafft. Es ist fast zu dunkel. Öffne die Tür. Bist du erwachsen? So... Oder bist du ein Kind? Temperatur war gerade kurz 0,7. Hast du am Wonderful White Sartin Wood Finishing geschnüffelt? Ich glaub, der hat da einen ordentlichen Zug genommen. Hat er die Zug gemacht? Nö, nö. Boah, erschreckt mich doch nicht so. Schreib in das Buch. Also Gefriertemperaturen hab ich hier noch nicht, also 0,7, aber halt... Naja, aber ist ja einfach noch knapp drüber, ne? Hast du die Tür wieder aufgemacht? Ja. Ich, ich hab gern den Fluchtweg offen irgendwie. Was können wir denn noch machen? Buch? Schließe die Tür. Äh... Ui, 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 ui. Ich leb noch. Ich auch. Der war aber schon ganz schön dicht dran, also... Hm. Ach, der ist nur bis hier... ... in den Vorraum gelaufen vor der Tür. Hat sich sehr dicht angehört, zumindest. Also... Samarik hinterher, oder mir? Er ist, ähm... ... oben lang, dann runter, die Treppe. Und ist eigentlich nur in dem Raum mit der Treppe geblieben. Hm. Ja, ja, also er war nicht streckt hinter uns anscheinend, ja. Okay. Ja, 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 also... ... wir haben nicht mehr viel zu verlieren. Meine Aufgabe wird es sein, ihn auch jetzt nochmal auf Kamera zu bannen. Kommst du mit rein? Machst du ein Bild da, was? Komm, wir beschwören ihn einmal, den alten Weihnachts... ... Keks. Er jagt schon. ... Keks. ... Keks. ... Keks. ... Keks. Siehst du ihn, Marvin? Ich will ihn. Er hat aufhört. Sieht er cool aus? Also cool würde ich ihn jetzt nicht nennen. Aber er hat eine Weihnachtsmütze und Zuckerstange in der anderen. Das ist eine Falle. Hast du keine Taschenlampe? Nein. Ich habe nur das Kruzifix, das Geräusch verstäbchen und das Falle zu. Okay. Ich versuche, dir zu leuchten. Vor allen Dingen... Okay, ich mache mal hier an, ne? Hast du dein Fotoapparat bereit? Ich habe kein Fotoapparat. Moment. Oh Gott, hast du? Der liegt ja irgendwo. Ich sehe nichts. Ich habe alles bis zum letzten Teil durchgeplant. Jagt er? Nein. Okay. Oh Gott, jetzt jagt er. Nö. Oh Gott. Was ist los mit... Echt? Es ist verkehrt mit ihm. Du sollst langsam wahrst. Er kommt. Er kommt. Okay. Er weiß nicht, wo er hin soll. Er ist verwirrt. Ich habe leider nicht seine Fratze gesehen, sondern nur von hinten. Er ist weg. Okay, danke schön. Wir wissen jetzt immer noch nicht, um welchen Geist es sich handelt. Moment. Okay, die optionalen Ziele sind da. Obake. Obake war das mit den sechs Fingern? Muss Obake sein. Ist dir doch wieder eingefallen? Was hätte der denn? Moment. Obake, Obake. Fingerabdrücke, EMF 5 und Orb. Da würde noch EMF 5 halt fehlen. Das haben wir noch nicht festgestellt. Aber ich glaube ganz ehrlich, wenn ich da jetzt nochmal reingehe, dann frisst er mich. Klar. Ich sage jetzt Obake und dann... Lass ich euch mit ihm allein. Wir sind mit dir im Wagen. Ich brauche keine Hausgeister. Tja, Rückgabefrist ist vorbei. Die Geister, die ich rief. Alter, 240 Takten habe ich gekriegt. Äh, von unserem Tod. Er war sehr lukrativ. Okay, ich würde sagen, eine Runde noch. Mhm. Mhm. Achso, Entschuldigung. Nee. Doch. Bleibe nicht zu lange im Dunkeln. Mhm. Dann am anderen Tipp steht, irgendwie Geister stalken. Vor allem die, die zu lange im Licht bleiben. Okay, wir haben hier Elisabeth Schmiller. Check the whiteboard for help. The ghost here seems to be linked to a certain object. So take a closer look. Make use case for help your investigation. Okay. Jetzt sind wir aufgewärmt. Wieder aufgewärmt. And ready to die. Äh, ich bin gar nicht so bereit zum Sterben. Aber... Das stimmt so als erstes. Nur wenn Tarot-Karten im Spiel sind. Ich bin immer die Uhr vorbereitet. Ich soll Tarot-Karten legen? Also, ich weiß nicht. Misch es an. Wir hatten schon eine leichte Einser-Aktivität. Ich sehe Orten der Garage. Mhm. Ich komme mit einem Bewegungssensor. Bist du hier? Gib uns ein geisterliches Zeichen. Hier hat er auch so eine... Oder war das einer von uns? So ein Ding hier umgeschmissen? Nee. Vielleicht war der Hausbesitzer nicht ordentlich. Nein, er hat eine Silikontube umgeworfen. Dieser Schuft. Und in China ist ein Sack Reißung gefallen. Okay, going for more equipment. Okay, going for more equipment. Elizabeth. Rede mit uns. Oder schreibe das Buch. Oder knut da ein Tuch. Oder sprich ein Fluch. Genau, er spielt ja mit der Lampe im... Hat der einen von euch erwischt? Ja, hat's angehaut. Hardcore. Okay. Ja, ne, weil... Puh. Schreibt das Buch. Ah, der mochte deinen Reim. Jetzt bist du ja Reimgeist. Es tut weh, helft mir. Was tut dir weh? Die Ohren. Wegen dem Reim. Meine Ohren bluten. Betimtet mich. Aber du bist schon tot. Ich darf mich noch atmen. Also... Ja. Ähm... Okay, sie ist... Hätte die Glühbirnen zum Platzen gebracht. Okay, ganz schön. Und nun hat's auch durch die Gegend geworfen. Also, Mimik kann's nicht mehr sein. Dann ist es ein Revenant. Ein kleiner Revenant. Wird schneller, wenn er so ein Opfer jagt. Also vor ihm muss man sich verstecken. Aber wir könnten auch mal die optionalen Ziele machen. Kerze auszublasen. Also zumindest Kerze. Ja, uns geht's ja auch noch voll gut und so. 45. Sanity. Wir bringen dir diese Kerze der Freundschaft. Und Möhre. Und diese Frau als Opfergabe. Oh. Alter, die hat aber ganz schön Atem. Rachitis. Kaum ist man da drinnen, faucht sie einen an. Praktisch immer eine Katze. Irgendeinen verfluchten Gegenstand haben wir nicht gefunden, oder? Hier, ich hab's gefunden. Die Spieluhr. Die Spieluhr? Ach komm, dann machen wir. Wo ist sie? Ähm, hier. Perfekt. Wo ist sie? Hier. In der Hand. Achso. Wollen wir mal gucken, welches liegt sie? Okay. Bist du? Ich weiß nicht. Okay. Hier ist doch der Knochen. Ich würde sagen, wir gehen. Ja. Gute Idee. Oh. Sie hat da vorne an irgendeiner Tür rumgefingert. Ich glaube, das war ein ganz deutlicher Hinweis. Sie hat ja schon gesungen. Okay. Also, Revenant. Und ab geht's. Was hatten wir jetzt für eine Quote? Äh. Wir hatten alle Geister bis auf die Omi und... den davor. Ja, und sie haben aufgestorben. Ich habe das Gefühl, das war so eine gemischte Runde. So wirklich so halb-halb. Halb erfolgreich, halb tot. Ja. In diesem Sinne... Räumen mal eure... Aus die Spinne. Nächste Runde wird euch wieder rauben, eure Sinne. Und räumt mal euren Weihnachtsbaum weg. Echt? Okay, auf jeden Fall wäre es schön, wenn ihr in der nächsten Runde natürlich wieder mit dabei wärt, wenn wir auf Geisterjagd gehen. Und bis dahin. Tschö. Ciao. Ciao.